Ja Leute, das ist meine Welt. Natur und Technik. Wir sehen hier den größten, der großen, Giacomo Agostini auf seiner MV Agusta. Das waren noch Zeiten, da war ich noch jung, aber das ist eine späte Aufnahme, da ist er schon über 60. Aber er kann es genauso wie ich nicht lassen. Das ist eine späte Aufnahme, da ist er schon über 60. Das ist eine späte Aufnahme. Das ist eine späte Aufnahme. Das ist eine späte Aufnahme. Wenn das nicht fasziniert, der ist verloren. Da ist noch ein Zweitakter. Super. Nur mal so nebenbei. Klasse. So kann der Sonntagabend doch schön ausklingen. Klingendermaßen sind es Worte. Ich wünsche euch was. Noch eine schöne Restsaison. Und dann sehen wir weiter.